In dieser Aufnahme geht es um die RSA-Verschlüsselung. Diese ist benannt nach den Entwicklern Ravis, Charmier und Edelman, die das Verfahren 1978 entwickelten. Das Ganze ist insgesamt ein asymmetrisches Verschlüsselungsverfahren. Das heißt, man hat hier jetzt einen privaten und einen öffentlichen Schlüssel. Und jeder Teilnehmer hat dieses, der öffentliche Schlüssel wird dabei allgemein bekannt gegeben. Den privaten Schlüssel, den muss man sehr gut schützen und der darf nicht anderen bekannt gegeben werden. Insgesamt ist die Idee bei diesem Verfahren so, dass man, wenn man eine Nachricht irgendwie abgefangen hat, also sozusagen ein Angreifer hat, überwacht hier irgendwie das Netz und hat eine Nachricht abgefangen und kennt diesen öffentlichen Schlüssel, dass das trotzdem nicht ausreichend ist, um die Nachricht zu entschlüsseln. Die Sicherheit bei diesem Verfahren besteht in der Schwierigkeit der Faktorisierung. Das heißt, man wählt hier zwei sehr große Primzahlen, P und Q aus. Zum Beispiel haben die jeweils 200 Stellen. Dann kann man die relativ leicht miteinander multiplizieren, sodass man dann N als Multiplikat von P und Q erhält. Allerdings ist es jetzt so, dass es, wenn man nur das N hat, dann sehr schwierig ist festzustellen, was waren denn P und Q, die jetzt dieses N als Resultat hergestellt haben. Genau, und das ist die Basis der Sicherheit dieses Verfahrens, dass man das nicht weiß. Das Verfahren wurde insgesamt nur in den USA patentiert, 1983. Das Patent lief aber dann im Jahr 2000 aus. Und insgesamt ist das RSA-Verfahren heutzutage sehr stark in der Verwendung in vielen Fällen. Okay, also gucken wir uns das an, wie das Verfahren jetzt im Detail hier funktioniert. Also man wählt jetzt aus, also sozusagen ein Nutzer, der jetzt an dem Verfahren teilnehmen will, wählt Primzahlen P und Q aus, die ungefähr derselben Größenordnung entsprechen. Das heißt, mit mehreren hundert Stellen. Jetzt ist hier eine Frage, wie kann man überhaupt sozusagen sicherstellen, dass man eine sehr große Primzahl findet. Das ist jetzt so, dass man ein gewisses Restrisiko eingeht, dass eine gewählte Zahl eventuell keine Primzahl ist. Dieses Risiko, was man allerdings hat, das kann man durch Untersuchungen dann unter jede beliebige Schranke senken. Das heißt, wenn ich mir da irgendwie ein Restrisiko vorgebe, nochmal 0,1%, dann kann ich sozusagen eine gegebene Anzahl von Tests dann durchführen und bin mir dann sicher, sozusagen nur mit 0,1%iger Wahrscheinlichkeit ist das hier keine Primzahl, obwohl ich annehme, dass es eine Primzahl ist. Das N wird das als RSA-Modul bezeichnet. Und jetzt wird hier so eine Funktion verwendet, die Euler'sche Phi-Funktion. Diese Euler'sche Phi-Funktion zeigt an, wie viele positive ganze Zahlen es gibt, die teilerfremd sind. Und bei dieser Konstruktion des N, also als Multiplikat von den Primzahlen p und q, gilt, dass das Phi von N dann dieser Formel entspricht. Das Phi von N ist hier ein wichtiges Geheimnis, was geheim gehalten werden muss. Und es ist nämlich das Zusatzwissen für die Falltür der Einweg-Funktion. Also insgesamt hat man hier halt eine Funktion, die man verwendet, die in einer Richtung einfach zu berechnen ist und in der Gegenrichtung nur mit praktisch unmöglichem Aufwand durchzuführen ist. Hat man allerdings dieses geheime Zusatzwissen, in dem Fall halt dieses Phi von N, dann kann man auch die Gegenrichtung relativ einfach berechnen. Okay, also wenn man jetzt dieses soweit gemacht hat, dann wählt man auch zusätzlich eine teilerfremde Zahl aus, die heißt E. Und das E ist zwischen 1 und diesem Phi von N. Damit ist sichergestellt, dass der größte gemeinsame Teiler von diesem E und dem Phi von N dann 1 ist. Oftmals wird das E so gewählt als 65.537. Also das entspricht dem 2 hoch 16 plus 1 dann. Das kann man sonst auch mal überprüfen. Also wenn Sie zum Beispiel im Browser sich da solche Zertifikate ansehen, dann ist dieses halt Teil des öffentlichen Schlüssels und kann man sich ansehen dann. Wenn das E relativ klein ist, dann ist die Berechnung damit effizient, das ist sozusagen attraktiv. Allerdings, wenn das E sehr klein ist, dann sind dafür spezielle Angriffsmethoden bekannt. Der öffentliche Schlüssel, der besteht dann insgesamt aus diesem N und dem E. So, jetzt muss man aber noch einen geheimen Schlüssel ausrechnen und dieser geheime Schlüssel besteht dann als multiplikative Inverse von dem E dann und nennt sich D. Diese Berechnung, die kann man relativ einfach machen, zum Beispiel mit dem erweiterten euklidischen Algorithmus und ergibt dann den privaten Schlüssel N und D. Aber das Ganze, diese Berechnung setzt halt voraus, dass ich das Phi von N hier kenne. Wenn ich das nicht kenne, dann geht das nicht an. Und das Phi von N kenne ich nur dann, wenn ich P und Q weiß. Okay, ja, also das Ganze kann jetzt so verwendet werden, wenn so zwei Personen hier Alice und Bob miteinander kommunizieren wollen, dass Alice jetzt ihren öffentlichen Schlüssel irgendwie bekannt gibt und dass er sozusagen Bob bekannt wird. An dieser Stelle geht es jetzt mal nur um die Vertraulichkeit und nicht um die Authentizität. Also man müsste jetzt noch gucken, beim öffentlichen Schlüssel, den ich irgendwie von jemandem erhalte, ist das wirklich der öffentliche Schlüssel von dieser Person? Das muss man dann zum Beispiel noch mit Zertifikaten absichern. Okay, aber nehmen wir jetzt mal an, das ist uns irgendwie auch schon geklärt. Also ich habe jetzt den öffentlichen Schlüssel hier, den richtigen hier von Alice und Bob möchte jetzt eine Nachricht an Alice schicken, dann fasst Bob seine Nachricht als ganze Zahl auf. Also ich muss irgendein Verfahren haben, dass ich die Nachricht M hier in eine ganze Zahl verwandle und das M muss kleiner sein, also die Zahl kleiner als dieses N von dem RSA. Dann kann Bob seinen Geheimtext berechnen. Er nimmt diese Nachricht und sozusagen potenziert die mit diesem E und rechnet davon insgesamt den Modulo aus und das gibt das C. C wird dann von Bob an Alice gesendet und Alice hat jetzt das D hier zur Verfügung, was ja so als Inverse dann festgelegt war und so gilt dann, dass das M hier mit rekonstruiert werden kann mit der Formel dann. Okay, hier ist jetzt auch so ein Beispiel, was von den Entwicklern schon in ihrem Paper, mit dem sie das Verfahren vorgestellt haben, schon mit drin hatten. Also hier sind jetzt P und Q festgelegt als 47 beziehungsweise als 59. Damit kann ich dann das N ausrechnen und auch das Phi von N wird hiermit ausgerechnet. Ja, dann wurde hier zusätzlich ein E festgelegt und damit ergibt sich halt das D. Dann musste ich halt damit ausrechnen. So, und wenn ich jetzt eine ganze Zahl hier Z zum Beispiel verschlüsseln möchte, also bei dem das Z muss jetzt halt kleiner sein als das N, dann mache ich es halt entsprechend, dass ich das Ganze hier anwende. Und was man hier auch unten an dem Beispiel sieht. Bei diesem Beispielsatz, da hat man es dann ja den ganzen Satz hier in Teile aufgeteilt und jeder von diesen einzelnen Teilen, da führe ich diese entsprechende Berechnung durch. Also ich potenziere das quasi mit dem 17 und bilde das Modulo. Wobei hier noch der Punkt ist, sozusagen das Modulo, das kann ich auch zwischendurch immer mal machen. Das heißt, wenn ich jetzt hier sowas, ja, dann sozusagen hoch 17 zum Beispiel nehme, dann entstehen ja zwischendurch schon relativ große Zahlen. Aber ich kann auch zwischendurch bei gewissen Zwischenschritten schon das machen, dass ich da immer wieder den Modulo bilde und so die Zahl dann relativ klein halte. Dann bleibt die Berechnung effizient hier. Dann bleibt die Berechnung effizient hier.